Das Center Ulm unterstützt Unternehmen, dass diese entspannt erfolgreich arbeiten können mit Dienstleistungen rund um das Sekretariat. Gute Frage. Wahrscheinlich irgendwelche Zeiten. Übrigens darf ich mir vorstellen, das ist meine kleine Tochter Elisa. Das ist die wahre Chefin des Business Centers. Kann ich jetzt nicht sagen. Eine Webseite Google ist natürlich gängig, wenn man irgendwas gesucht hat. Das ist mal auf Google gegangen, aber ich denke, das war Anfang der 90er das erste Mal. Noch nicht. Habe ich aber vor. Das Business Center ist auch noch nicht so lange Facebook-Nutzer. Weiter mal mit Überlegung, ob das für Firmen eine richtige Plattform ist. Mittlerweile sage ich ja und wir sind gerade dabei, unseren Auftritt bei Facebook auszubauen. Gute. Keine Ahnung. Was empfehlen Sie denn? Ja, Twitter eher nicht, sage ich. Weblog haben wir uns mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt. Singen. Gut, haben wir seit einigen Jahren. Habe ich privat auch seit einigen Jahren drin. Aber alles andere ist jetzt ein Thema, mit dem wir uns jetzt gerade aktuell beschäftigen. Weil das Business Center ist natürlich eine junge Firma und offen für neue Dinge. Also ich würde mal sagen, das war so 92, 93. In der Zeit war ich auf der Meisterschule und da war dann das erste Mal das Thema mit PC arbeiten und entsprechend was machen. Und da war natürlich schon auch die Herausforderung da. Ich weiß gar nicht, ob wir Internetrecherchen machen mussten. Das kann ich so nicht mehr sagen. Aber das wird das erste Mal gewesen sein, wo ich dann im Internet unterwegs war. Und damit ich recherchieren kann, was meine Kunden tun. Wenn jetzt Neukunden kommen, Bewerber auch kommen, dann schaue ich natürlich schon im Internet nach, was die tun und was die machen. Wenn ich über eine Business Person nichts finde im Internet, dann bin ich eigentlich schon skeptisch. Und dann bin ich eigentlich schon im Internet. Bis zum nächsten Mal.